jo leute und damit willkommen zurück zu super mario red mit flash mit centos der wieder nix checkt nein ich hab dich nicht gehört mehr eben er sollte es vielleicht ich hab gehört dass du dein mikro um gespielt hast aber ich hab dich nie mehr gehört spiele gerne mein mikro um also hat es mal wolf kommt die sonne hier auf die plasmasonne nebenan konzentrieren und sleckt alter das ist doch schlimm mit dem legen gerade ja aber du brauchst du nicht immer durch die gegenspringen wenn das leckt nein ich muss weiterspielen auch bei mir nicht ja sicher dass die fps höher geht und mit einem kleinen weg schneller wird auch man was bietig war ein spiel ist das gesehen dass die sonne sich schneller gedreht hat aber ich mich nicht ich habe nichts gesehen ich bin zu spät abgeschwindet du hast größt sie damit abgelenkt habe ich nicht das habe ich nicht müsste sie doch wieder paar leben fünf leben nehmen oder so ich ging die decke auf die auf die fette sonne drauf fünf stück ach ja weil du weißt dass ich sterbe musst du dir als selbst welche besorgen ich habe schon 60 geholt schon gnädig abgegeben verbrauchst du ja ich weiß dass du bist doch gesprungen bist du gegen die decke gesprungen nein wir wollten nicht springen ich hätte auch springen ja ja man könnte das bei mir in der aufnahme hören wenn ich das nicht rausfetern würde was ich gedrückt habe ohje warum springe ich immer gegen die wand da oben was war das? ich springe gegen die decke bist du doof gesprungen ja das war nämlich dein problem auch nein sicher sicher centurus be Zhuanges ils f elles kann sagen den pacecam da würde ich ganz lächeln und nicken sagen aber forest du kannst mich mal weiß nicht neö da muss man pacecam mit einbauen bei dir nöööööööö lifting direkt wenn du im都 und gehst nöööööö nüx 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 das ist einfach zu rutschig dann sicher was sind die schnee level glitschig das war blödheit das habe ich gesehen das war wirklich blöd nein war es gar nicht sicher das ist blöd das ist gleich wieder blödheit weil du gleich wieder verreckst ja ja sind wir so nett zueinander nein wolfgang nein doch hat man jetzt auch geschafft klar ein kleiner mario ist ein großer mario schafft viel wie die die und donkey kong die kann schneller laufen wärst du gerannt wäre es auch gegangen centos doch jetzt schon wieder gewusst ja was wir viel zu übersteuert ihn egal nicht ist nicht mein problem ja und das ist ja egal ob ich bin noch nicht fette sonne affen mensch ich sag nix wie verballern wir hier gerade alle im leben oder verballern das sind nur meine leben weiß ich kann auch nicht klar dass du nicht durchs ändern ich kann das nicht rechtzeitig gesprungen wir kommen noch nicht mal zu wenn die wenn die man die man schaut denke ich habe ich davon noch irgendwie abstürzt nein was war das zu nah an der sonde dann kommt die kickbox wollte einfach durchgehen ja habe ich gerade gemerkt ich glaube das schafft man auch ganz gut wenn man so ein gutes timing hätte was ich nicht habe was ich nicht habe meint ich habe sowieso nicht das habe ich ja nicht gesagt das war schlecht das war schlecht jetzt lieber da vorne gewartet also nicht dachte so yolo ich schaffe das schon ich schaffe das schon so probieren wir es aus was hat die sonne spielt nicht mit das ding ist einfach zu schnell das da unten und du auch pui 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 ich hätte auch wenn ich noch weiter nach rechts drücken sollen Saka du warst auch einfach zu schnell aber auch zu gut na echt hätte ich nicht da vorne gezögert hätte ich mal weiter kommen können das hättest du schaffst das nicht du springst gegen den Block pui pui ich mache noch einmal oder zweimal und du warst schon wieder viel zu laut na und steuert sich ja wieder schnell nach ja aber du hast das irgendwie an deinen scheiß Einstellungen so gemacht na na weil du bei jedem nämlich leiser wirst ja ist ja egal nein es juckt mich ja nicht das ist kacke nö na aber ehrlich ich brauche ja hier keine Hörer richtig mein Dünnpfiff den ich laber den kannst du auch woanders kriegen wo springst du nicht ich habe gedrückt nicht in der Luft ich habe gedrückt der kann kein Blue Walk ich habe rechtzeitig gedrückt halt die Maul jetzt ja 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 du 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 Hunger nicht nur du Quetsch ja im Uhrzeigersinn hat die sich gedreht ja oder die andere warte mal ich bin gerade überlegen hat sie im Uhrzeigersinn ich habe auf jeden Fall klicken von dir gehört also kann es ja nicht sein dass du nicht geschwungen wirst ja ich bin hier nicht geschwungen das ist das ja manchmal reagiert die Scheiße einfach nicht ich glaube das war früher aber auch schon genauso ich muss das so einfach machen und jetzt leck das voll ich glaube das musst du echt einmal so spielen ah die dreht sich ja als Uhrzeigersinn aber nicht so flash hm ja Vielen Dank.